hallo ihr kautzen willkommen zu einem neuen vlog wir gehen gleich einkaufen ja und heute mache ich auch noch also ich zeige euch heute auch noch wie ich ja wie ich meine pokémon sachen zeige also meine pokémon karten wie ich meine pokémon karten zeige wir nehmen euch auch gleich mit so ein einkaufen mit und wir ich zeige euch auch ganz vielen einkaufsladen das haben zu edeka und ich mache euch auch noch einen kleinen haul dann auf jeden fall klein haul klein haul klein haul ok ja dann bis gleich weil wir gehen ja gleich einkaufen wir machen zu hause gleich im frühjahr ja eigentlich brauchen wir nur zwei minuten dahin als wir uns seine zwei minuten malu sagt mal was sagt mal was ok haben alle verstanden ich möchte wette ich möchte die menschen wir suchen jetzt ein outfit für heute aus erst mal den pullover so den hier den einmal hier neig Hose nehmen wir einmal, welche sollen wir denn nehmen? Wir haben halt jetzt hierher und wir nehmen die hier, glaube ich. Jetzt kommen wir zu den Jacken. Nehmen wir die weiße, glaube ich. Weiß, Jacke und Tachen. Okay, wir spielen jetzt, warte, wir spielen jetzt Stumper Guys, falls ihr das Spiel nicht kennt. Hier nochmal alles gesehen. Okay, hier. 99 habe ich. Ja, ganz richtig. Und ja, ich will mit... Leute, ich will mir das hier gerade kaufen, aber ich spare gerade hier. Hier aber rein. Warte. Würde ihr es machen? Schreit mal rein. Okay, jetzt habe ich Glück. Jetzt habe ich auch Glück. Hier habe ich auch Glück. Guck mal. Was soll ich machen? Und was mir jetzt ziehen kann. Und ein paar Samson zurück. Special Skin, Special Skin, Special Skin, Special Skin. Manu, ihr seid... Jetzt habe ich erst fünf. Abgebrochen. Ja, die anderen sind... Das sind die, das sind die. Habt ihr das nicht gehört? Die haben den Bunker ausgerissen. Okay. Das war's jetzt auch mit. Na ja. So, da ist Marlen. Das kann man nur halb sehen. Und ja, wir sind jetzt lecker essen. Lecker. Marlen? 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 Gib mal eins von zehn. Gib mal eins von zehn. Nee. Doch. Ja. Okay. Wir filmen auch noch gleich das Essen. Also, bleibt dran. Kannst du mir das klauen? Nee. Das hier? Und das hier? Nein, Mama. Ich habe selbst schon zu wenig Speck. Hast du gesagt, wo wir sind zum Frühstück? Ja, bei Jungen. Ja? Aber wir sind nicht bei der Jungen. Ich bin Eiche. Was isst du hier immer? Zeig doch mal. Erzähl doch mal. Ich habe immer Speck. Wie? Rote. Und für dich, du. So, Mama, wo sind wir? Äh, einkaufen. Was machen wir jetzt? Gehacktes kaufen, Babymilch kaufen, Wasser kaufen. Alles, was wichtig ist. Wir machen das so lecker. Geh? Ja. Ja, tschüss. Okay, ich zeig euch jetzt meine Lieblingsabteilung. Äh. Nur ein Stift. Oder hast du mir das gefällte schon gekauft? Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren gerade so lecker essen. Das Essen haben wir leider nicht gefüllt. Und Entschuldigung, dass ich keinen Haul gemacht habe. Weil ich hab... Weil ich hab... Weil die Kamera war halt leer. Ja. Und ja... Mauti, sag mal Hallo. Mauti. Okay. Guck mal. Sag mal Hallo. Ja. Damit ist jetzt der Vlog auch beendet. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Bist du jetzt fertig mit deinem Vlog? Hast du jetzt zwei Tage gefilmt, deine Sachen, die du so gut fandest? Ja. Wenn ihr euch das gefallen habt und mehr haben wollt, dann müsst ihr einen Daumen hoch machen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. Dann siehst du nämlich, ob die Leute nochmal sowas sehen wollen, ne? Ja. Mhm. Das war dein erster Vlog ganz alleine, ne? Ja, aber ich muss heute nur machen, also ich hab nicht so viel Zeit. Was machst du denn noch? Also ich muss noch ein bisschen schlafen. Ach so. Ja. Böse nicht. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.